Und auch noch was anderes Nettes. Es gibt nämlich wieder eine Reise zu gewinnen. Und diesmal geht es an den Schauplatz dieses Films nach Afrika. Der African Safari Club und das Magazin Urlaub laden Sie ein zu einer Kombination aus Kreuzfahrt und Badeferien. Mit der MS Royal Star kreuzen Sie fünf Tage lang im Indischen Ozean vor der Küste Kenia und Tansanias. Und anschließend verbringen Sie dann noch eine Woche im Luxushotel an den schneeweißen Stränden von Kenia. Das Ganze natürlich für zwei Personen und inklusive Flug. Ja, aber dafür müssen Sie natürlich auch was tun, liebe Zuschauer, nämlich unsere Quizfrage zum Filmfilm beantworten. Welches ist das erste Wort, das Tarzan in diesem Film spricht? Das wollen wir von Ihnen wissen, das erste Wort, das Tarzan in diesem Film spricht. Wenn Sie mitmachen wollen, liebe Zuschauer, dann schicken Sie Ihre Antwort an satt ein, Kennwort Filmfilm in 6500 Mainz 500. Ja, und ein Sendeschluss ist der kommende Samstag. Alles klar, liebe Zuschauer? Dann kann es jetzt losgehen. Hier ist Greystoke. Man kann es ganz unbescheiden sagen, der beste Tarzan-Film, der je gedreht worden ist. Schon allein, weil Christopher Lambert darin die Hauptrolle spielt. Ich wünsche Ihnen dazu jetzt viel Spaß. Vielen Dank.